Was geht ab ihr geilen Glückschicht herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier bei den Vollidioten Warum sagt ihr eigentlich nochmal herzlich willkommen? Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich nochmal ertragen wollt hier Das ist was gut für euch ist, wage ich selbst zu bezweifeln und ich hab verkackt die erst abzuliefern Tut mir leid für uns so ein Dude da oben Enemies found the shit Genau da stand da gerade, Enemies found the shit Fuck, wo ist die Drohne jetzt hin? Ja, Opfer Drohne hat es gefunden, wisst ihr Bescheid? Ey Steht da einfach so eine Drohne in nichts Einfach so mollen Warte mal, kann man hier von oben? Okay, man kann von oben, das ist aber zu Und da sie meistens immer dadurch kommen, dadurch können sie aber gerade gar nicht kommen Weil da ge... Äh... Okay, wir müssen aufpassen hier, dass sie hier uns nicht von oben nudeln wollen So, ich guck mal schnell Cameras Okay, da oben hab ich gerade einen gesehen Da klettert einer rum Hier sehe ich nichts Oh, da kommen sie von oben Moment, ich hatte hier gerade was gehört Da, 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 schnell Ja Den hab ich noch Oh, fuck Alter Schnitzefick Erwischt, Alter Huch Alter, hat er mir einen Hit gegeben, aber ich ihm auch Ich saß hier auch ziemlich ungünstig, ich hätte in bessere Entdeckung gehen sollen Mein Schild ist jetzt auch leider weg, aber was willst du machen? Ich hab ihn getroffen Okay, was ist da denn los? Alter, wie viel Blut da ist Okay, da scheint einer zu kommen Okay, der müsste dann jetzt hier sein, ne? Der müsste eigentlich von... Ist er da eiskalt reingerannt? Da ist er, ist er das? Ja, das ist er Ja, das ist natürlich ärgerlich Aber ich wäre auch drauf gewesen, wenn er um die Ecke gekommen wäre Kann aber auch sein, dass er mir den Sniper ins Gesicht gedrückt hätte Beziehungsweise die Sniper, nicht den Sniper Ich mag Blackbeard irgendwie momentan Das ist jetzt meine zweite Runde, die ich mit ihm spiele Und, äh, ich find das Schild halt mega useful Du kannst einfach damit um die Ecke gucken, dein Kopf ist geschützt Ähm, hab ich bis jetzt noch nicht in der Situation gehabt, aber Mein, wenn, dann hat man's halt Das ist schon nicht schlecht Das, äh, kann einiges Ich find die Biohazard-Container-Location Jo, bin unterwegs Gut, das Team fickt sich schon selbst auseinander Finde ich gut Nein, wobei Ja, ist langweiliger für die Folge Aber ich gewinn Im besten Fall Natürlich Wenn ich nicht gewinne, ist es ärgerlich Äh, ja Ja, ja Ich hatte die auch schon gehört Gut, äh, äh Hat Bock Okay, jetzt ist er auch wieder dabei Ich bin auf dem Mülleimer, Alter Die böse Drohne auf dem Mülleimer Fuck Nein Shit Okay Die Waffe sieht aber auch ganz nice aus Ich bin hier jetzt mit einer halbautomatischen Was hast du hier denn angestellt, Alter Ich muss hier mal kurz längs Oh Warte mal, ich hab hier doch was So, Vorsicht Ich mach da mal was Hallo Ich weiß leider gar nicht mehr Hier war eine Guck Den ersten Schuss hab ich abgefangen Die Granate Äh Ja, die konnte ich nicht abfangen Okay, nice Äh, gibt's hier irgendwo Eine Kamera drin? Ich weiß es gerade noch gar nicht mehr Ich hör hier auf jeden Fall Oben noch irgendwo jemanden rumlauern Okay, ist er oben oder unten? Will mein Kumpel hier nicht mal eine Drohne machen? Würde ich geil finden Würde ich sehr geil finden Warte mal, die sind ja unten, ne? Von daher Gehen wir mal ziemlich smooth hier nach unten Bam, Alter Headshot, jawohl Seht ihr, das Ding ist mega useful Das hat mir schon zweimal den Arsch gerettet So, ich will auch mal rein Ein paar Punkte snacken Gibt ja Punkte dafür, ne? Oh, shit, Alter Okay Kommt er da einfach durch, Alter Leiche Schänden Ja, Mann Aber so, boom Hüpf Ja, er war halt unter Zeitdruck Was soll er da machen? Er musste halt rein Sonst hätten wir das gesichert Deswegen, da hatte er Ziemlichen Druckmangel Druck Alter Er hatte ziemlichen Druckmangel Ja Er hatte Druckmangel Junge Ähm Zeitmangel So Ich nehm mal ihn hier mit Weil ich glaub, dass wir die gleich gebrauchen könnten Also die Die, äh Jägerdinger da Die, die Drohnen zerstören Die, äh Granaten Alter, was laber ich hier schon wieder? So Geh doch mal beiseite Mit deinem Frostarsch Äh Hoppala Da hab ich den Alkohol runtergeholt Kann man ja auch mal machen So Weiß gar nicht Soll ich hier eins ran machen? Geht wohl nicht Äh Ich mach hier mal eins ran Ich mach Ich mach Ich mach Alles klar Ich mach da eins ran Äh Ich mach hier mal eins ran Und Ich nehm mir die Sachen hier Ich wurde gespottet Okay Lass mich Lass mich mal kurz Äh Und dann mach ich hier am liebsten noch was ran Okay Kann ich nicht, wenn ich liege Dann mach ich hier das ran Und das Schild Das Schild Das Schild ist halt schon mega gut Aber Falls von da einer kommen sollte Falls sie da aufmachen Ich weiß ja nicht, was die so am Start haben Das können wir jetzt mal gucken Äh, ich hab schon ein Schild gehört, glaube ich Da ist auch einer Da ist auch Aha Alles klar Da Schild Blitz ist dabei Oh 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 Sind Achso Von denen sind zwei tot Ich dachte gerade von uns sind zwei tot Das wird ziemlich ungeil gewesen Jungs Da 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 hab ich gerade nachgeladen Das wird ziemlich ungeil Oh Scheiße Er liegt Hab ich gar nicht mitgekriegt Pass auf Amerikanischer Kumpel Ich hol dich hoch Seit wann hab ich eigentlich so viel Munition dabei, Alter Ja Da Da hab ich ihn Und ihn auch Oh Shit, Alter Ging hier voll ab Ich glaub da hätte hier Ash kam glaube ich gerade rein Die hätte vorher reagieren müssen Oder wer war das? War das Ash? Weiß ich gerade gar nicht Sah so aus Ey, wer bist du? Keine Ahnung Aber die hätte vorher reagieren müssen Weil wir uns da halt Hammer auf das Ähm Dingens Konzentriert haben Auf den Äh Schildtypen Auf Blitz Den haben wir halt ordentlich Mal gucken Zugestopft da War schon ein bisschen geil Da waren wir halt ein bisschen abgelenkt Also wäre sie vorher reingekommen Ich bin 4-0 gewonnen Jetzt 4-0 gewonnen Jetzt 4-0 gewonnen Oh shit, jetzt hab ich es gesagt Wir sind auf dem Weg zum 4-0 Wollen wir mal kurz hören Ne Weiß ich nicht Die sind oben, oder? Ja, die sind ein weiter hoch Wo genau müssen wir gucken? Bar? Ne, noch weiter oben Ach, da sind die drin Alles klar Er ist gar nicht so leicht Zum Verteidigen Also haben die sich Echt ein Ding rausgesucht Oh, oh He, he, he Och, nö Da hat er Ich glaube ich noch gekriegt Dann am Ende Äh So Das weg So, Jünglings Der hat auf jeden Fall Aua gekriegt Aber der lebt noch Okay, jetzt ist er tot Alter, was ist hier los, Junge? Okay, da ganz hinten ist einer Was macht der da denn? Okay, kann mir hier aber nichts tun Ich spring hier einfach mal auf So frisch wie ich bin So, jetzt kriegen die nämlich von allen Seiten Besuch hier Drüben das Schild Und hier von mir Da habe ich ihn Oh Da ist das Magazin leer Ungeil Oh shit, Alter Nein, 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 nein Nein, nein Oh, scheiße Ah Da bin ich tot Da hat meine Navy Steel Kamerade mich einfach mal umgegnietet So, ich hoffe Habe ich hier noch eine bessere Drohne irgendwo Da Scheiße, es kam zu spät Da, jetzt, jetzt, da Jawohl Jawohl Oh, scheiße Wir haben nur noch ihn Ah Fuck Gut, ich habe es aber auch Ich habe es gesagt Ich habe es ausgesprochen Ich hätte es lassen sollen Gut Aber dann Wenn der Kopf fällt Wenn der Kopf fällt, dann stirbt auch die Schlange So, wen soll ich nehmen Also bei den Angreifern ist das bei mir momentan immer klar, ich nehme Blackbeard Aber Hier Weiß nicht, soll ich einen Russen nehmen Irgendwo Pfeilen hin machen, wo man es nicht vermutet Kann man eigentlich tun, ne Bücherei, wirklich Das hätten wir nicht tun sollen Das hätten wir auf keinen Fall tun sollen, Alter Das endet nicht gut für uns Die Runde verlieren wir, glaube ich Das wird Übel Das wird sehr übel Jungs, ihr müsst ja auch zumachen, wenn ihr da Gemutet habt Sonst können die da rüberspringen Gut Er hat es gecheckt Äh Eigentlich in den Raum können die ja gerne reinkommen, ne Aber hier müssen wir verstärken Ich würde eigentlich gerne raus jetzt Ich hätte Als erstes losrennen müssen Das wird jetzt hart Das wird jetzt hart Das wird jetzt hart So, schnell Hier einfach hin machen Ich habe keine Ahnung, wo es hier links geht Ähm Da mache ich hier nochmal eins hin Und hier auch nochmal Oh 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 So, ich hoffe, dass die Da irgendwo reinrennen Drohne zerstört Ah ja Die kommen gerade irgendwie von überall Von wo schießen Ah Fuck you Böse Drohne Oh 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 Alter Später hätte das aber auch echt nicht hochgehen dürfen Holy shit Holy shit, alter Oh 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 Nein Oh fuck Oh 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 Ich hätte mich zurückziehen sollen Ei, 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 äh Ja, hier, ich habe sie Moment, ich kann sie so nicht Ich kann sie so nicht Da Da ist sie Jungs Da Ihr wisst Bescheid Rennt gerade weg Ich versuche sie irgendwie zu verfolgen Ich weiß nicht, ob das möglich ist Okay, aber hier ist sie nicht mehr Oh Wobei, ich höre sie Die ist da noch Die ist da noch Pass auf Ich wechsle mal rüber Nein Rechts, 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 rechts Los Ja Nice Sehr schön Sehr, sehr schön Die Franzosen wurden getötet Vier zu eins Das ist doch mal Schön Und ich bin Bester aus dem Team Nee Ich sollte Gut Sieben Kills Zwei Assists Zwei Tode Die Mission habe ich jetzt auch erfüllt Sehr schön Noch fünf Matches Bis ich gerankt bin Gerankt Bis ich gerankt bin Gerankt Eingerankt Bis ich einen Rang habe So Gut Ich verabschiede mich Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen Und Wir sehen uns auch hoffentlich wieder In der nächsten Folge Tschüss Bis Jesch Jbur Nichts Jun sicher Es ist Ja Js Vielen Dank.